Wir vergleichen in diesem Video drei Mikrofone. Als erstes hören wir eine Aufnahme der Microsoft Livecam Height D3000. Als nächstes die Aufnahme mit einem Creative Fatality Headset und zum Schluss das Yeti USB Mikrofon. Dieser Text ist mit dem Yeti USB Mikrofon eingesprochen. Jägermeister ist ein Kräuterlikör, der im niedersächsischen Wolf in Büttel hergestellt und abgefüllt wird. Dort befindet sich auch der Stammsitz der Firma Mast Jägermeister SE. Weitere Abfüllanlagen gibt es im sächsischen Cummins und im steirischen Graz. Jägermeister enthält 35% Volumen Alkohol. Der Kräuterlikör wird entweder pur und eisgekühlt oder als Mischgetränk getrunken. Neben gängigen Longdrinks mit Orangensaft, Cola und anderen gibt es eine Vielzahl von Rezepten, beispielsweise mit Kakao, Milch oder Energydrinks. Jägermeister ist ein Kräuterlikör, der im niedersächsischen Wolf in Büttel hergestellt und abgefüllt wird. Dort befindet sich auch der Stammsitz der Firma Mast Jägermeister SE. Weitere Abfüllanlagen gibt es im sächsischen Cummins und im steirischen Graz. Jägermeister enthält 35% Volumen Alkohol. Der Kräuterlikör wird entweder pur und eisgekühlt oder als Mischgetränk getrunken. Neben gängigen Longdrinks Orangensaft, Cola und anderen gibt es eine Vielzahl von Rezepten, beispielsweise mit Kakao, Milch oder Energydrinks. Jägermeister ist ein Kräuterlikör, der im niedersächsischen Wolf in Büttel hergestellt und abgefüllt wird. Dort befindet sich auch der Stammsitz der Firma Mast Jägermeister SE. Weitere Abfüllanlagen gibt es im sächsischen Cummins und im steirischen Graz. Jägermeister enthält 35% Volumen Alkohol. Der Kräuterlikör wird entweder pur und eisgekühlt oder als Mischgetränk getrunken. Neben gängigen Longdrinks mit Orangensaft, Cola und anderen gibt es eine Vielzahl von Rezepten, beispielsweise mit Kakao, Milch oder Energydrinks.